In meinem Shisha-Dome-Paket hat sich noch ein Köpfchen verirrt und zwar die Thick Bowl. Ein paar Blogger-Kollegen haben mir schon gesagt, dass sie richtig geil sein soll und deshalb gucken wir uns die heute einmal zusammen an. So sieht das Ding schon mal aus, genauer werden wir es aber gleich nochmal beim Kopfbau sehen und dann sehen wir auch, was da rein muss. Ich würde sagen, das ist schon mal ein bisschen größeres Depot als beim Popo, aber sehen wir gleich genauer. Wundervoll. So, Kopfbau. Ich werde mir fast denselben Kopf wie eben nochmal bauen. Ich habe nämlich eben extra für Vergleichszwecke, das war leider harte Arbeit, musste ich schon ein Köpfchen Kiwi-Smoothie und raube Minze rauchen und denselben werde ich mir jetzt auch nochmal machen, aber diesmal eben in der Thick Bowl. Zuerst gucken wir aber mal, wie schwer das Gerät ist. 350 Gramm. Das ist auf jeden Fall eine Ansage, wenn ich hier mal ein Popo nebendran stelle. Der hat auch 341 Gramm, aber zu seiner Zeit, als der Popo rauskam, hat jeder gesagt, Alter, ist der schwer. So, und die Thick Bowl ist auf jeden Fall schon mal nicht weniger schwer. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Plus, der Großteil von dem Gewicht ist auch hier oben. Das heißt, da, wo der Tabak liegt und erhitzt werden soll, ist das meiste von der Masse. Das ist wichtig, weil wenn ihr jetzt einen Kopf hättet, der unten super groß ist, dann bringt das Gewicht auch nichts. Was bringt Gewicht überhaupt? Tendenziell sorgt es für trägere, thermische Eigenschaften. Das heißt, er erhitzt sich zwar etwas langsamer, hält dafür die Temperatur aber deutlich konstanter. Und das ist gut, um unseren Tabak dauerhaft, angenehm, ohne ihn zu schocken oder zu schnell auskühlen zu lassen, mit Temperatur zu versorgen. Deshalb finden wir das toll. Und jetzt bauen wir einen Kopf. Ich würde behaupten, vom Depot her, dass das Ding auf jeden Fall etwas mehr fressen wird als der Popo. Vielleicht noch mal ein kleiner Vergleich zum Popo. Ich finde, wenn man die nebeneinander hält, so, ne? Ja, grundlegend ist das natürlich dieselbe Kategorie an Kopf. Also optisch sind die sich schon sehr, sehr ähnlich. Aber ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie eine krasse Kopie ist. Also auf jeden Fall keine 1 zu 1 Kopie. Und ich weiß auch nicht, ob sich der Hersteller hinter der Thickbowl, ich kenne da übrigens auch niemanden, habe da keine Kontakte, bla bla bla, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sich der Hersteller gedacht hat, der Popo ist ein super Kopf. Ich will den machen und will dem noch meinen eigenen Touch geben. Oder ob die in einer Parallelentwicklung maybe zufällig bei genau demselben oder einer sehr ähnlichen Optik rausgekommen sind. Ist mir aber auch eigentlich egal. Ich will mich gar nicht mehr streiten mit Nyan und das sieht aber so aus und der halt aber zuerst das. Ist mir egal, Digga. Ich rauche den Kopf. Ich sage euch, ob es ein guter Kopf ist. Beim Rest könnt ihr euch euer Köpfchen drum zerbrechen, ob euch das stört oder nicht. So, wir machen uns Kiwi-Smoothie-Traube. Als erstes den Kiwi-Smoothie und wie immer vorm Kopfbau einmal umrühren, um die Molasse ordentlich zu verteilen. Und dann, so wie ich meinen Popo eben auch gebaut habe. By the way, meinen Popo hatte ich eben mit 18,5 Gramm und habe ihn, ja, ziemlich genau 100 Minuten sehr angenehm rauchen können mit drei 27er Zauberwürfelkohlen. Ich würde behaupten, wenn ich jetzt so anfange zu bauen, macht es auf mich den Eindruck, als wäre das Depot von der Thick Bowl ein bisschen schmaler, aber dafür etwas tiefer. Das mag ich in der Regel nicht so gerne, weil je tiefer das Depot, umso schwerer ist es natürlich, den Tabak, der unten liegt, auch ordentlich mitzuverbrauchen. Deswegen finde ich flacher, breiter immer besser als schmaler höher. Weil du kommst ja am Ende, würdest du bei den beiden Varianten ungefähr auf derselben... Oh, jetzt muss schon Draube rein. Ich schaufel hier fleißig meinen Kiwi-Smoothie rein und denke nicht drüber nach. Ähm, ne, also breit und schmal und flach und tief... Ne, warte, breit und schmal... Digga, was für breit und schmal? Äh, breit und flach und schmal und tief könnten natürlich im perfekten Verhältnis genau dasselbe wiegen von der Tabakfüllmenge äh, wie das andere. Aber wir sind jetzt mit dem fertigen Kopfball... Da hängt noch ein bisschen was drauf und da geht noch ein bisschen was ab. Aber erstmal sind wir bei exakt 370 Gramm. So, ich verteile mal den Tabak, dann wischen wir noch den Rand ab. Dann gucken wir, wie viel Kontakt der HMD hat. Als erstes verteilen wir noch ein bisschen den Tabak. Wir gucken, dass alles, was da auf dem Rand liegt, mit ins Köpfchen reinkommt. Auf dem Rand hat das nämlich nichts zu suchen und auch keinen Vorteil. Wir lassen den halbwegs fluffig, also ich drücke den jetzt nicht großartig an. Sehe aber zu, dass jetzt nichts direkt am Pfannelloch liegt und so Sachen wie hier, die da auf dem Rand liegen, können wir eben noch ein bisschen mit ins Depot holen. Und so machen wir das dann eben einmal rundherum, bis wir damit zufrieden sind. Außerdem gucken wir noch, dass der Tabak überall ungefähr gleichmäßig liegt, ohne ihn aber zu sehr anzudrücken. Also kleine Korrekturen, aber jetzt hier nicht irgendwie mega umschaufeln oder sowas. Und wenn wir das haben, dann gehen wir erstens noch einmal über den Rand. Ihr seht ja, dass da überall die Molasse hängt. Das wollen wir nicht haben und auch so einzelne kleine Tabakblättchen können wir dann noch so ein bisschen mit wegstreichen. Er ist halt oben sehr rau. Das funktioniert also nicht perfekt. So, dann machen wir noch einmal hier die Waage sauber und dann kommen wir raus. Trotzdem bei exakt 370 Gramm. Und dann haben wir jetzt 19,2 Gramm drin. Das heißt, im Vergleich zu dem Popoköffchen, was ich mir vorher gebaut habe, wären das 0,7 Gramm mehr. Das ist wahrscheinlich zu vernachlässigen. So, dann gucken wir mal noch, wie der HMD drauf passt. Sehr gut. Sehr gut passt er drauf. Und übrigens, wenn der On-Mode drauf passt, dann passt auch der Kalout, der AO912, der Nagrani, der Ocean. Literally fast jeder HMD, der diese Standardgröße hat. Kopfball fertig. So, optisch auf der Pfeife. Das ist jetzt die Thickbowl. Und das hier wäre ein Popo im Vergleich. Popo schon etwas schmalere Figur, würde ich sagen. Kommt halt drauf an, ob ihr euren Popo eher schmal mögt. Oder doch lieber Thick. Ein schlechter Joke von mir darf nicht fehlen, oder? Hier haben wir gerade nochmal bei Shisha Dome. Übrigens, falls ihr euch generell irgendwas bei Shisha Dome bestellen möchtet, könnt ihr mit Code SWG10 auch immer noch 10% sparen. Hier sehen wir jetzt vier verschiedene Colorways von dem Kopf. Gibt einmal komplett schwarz, einmal oben mit so einem Midnight Sea. Heißt das richtig? Midnight Sky. Und wir haben noch Night Fire. Und dann haben wir viermal die Meerloch-Variante und viermal die Funnel-Variante. Und der Kopf, den ich jetzt präzise da habe, ist der hier, der Thick Plus Funnel Midnight Sky. Genau den gucken wir uns jetzt an. Sobald meine Kohle an ist. Kohle habe ich gelegt. Zwei sind drin. Eine ist obendrauf gekippt. Mir wurde gesagt, man kann ihn mit ordentlich Hitze anrauchen. Ich probiere es jetzt trotzdem einfach mal mit 200. halb. Guck, was passiert. Wenn es mir zu lange dauert, dann packe ich noch eine Viertelkohle mit drauf und dann gucken wir mal. Und auf der Website, so wie mir gerade live, also wir sind gerade am Livestream, im Chat wurde gesagt, der Kopf soll wohl besser performen mit Edelstahl-HMDs. Ich persönlich mag Alu-HMDs ein bisschen lieber. Deswegen probiere ich es jetzt auch erstmal mit dem Alu-HMD. Sollte das nicht zufriedenstellend sein, probiere ich es auch gerne nochmal mit dem Edelstahl-HMD. Aber erstmal der Test mit Alu. Also ich habe gerade nur mal so zum Testen den zweiten Zug genommen. Das ist doch wunderbar, Digga. Das läuft doch wie Butter. Hast rein. Gut, wir rauchen noch ein bisschen an und dann gibt es erst das Fazit. Nur mal fürs Video, ich habe gerade einen Zug genommen. Der läuft Bombe. Aber das wäre jetzt der Punkt, wo ich vorsichtshalber die dritte Kohle sogar runternehmen würde. Ich habe den Kopf jetzt 22 Minuten an und ich muss sagen, der ist geil. Der ist wirklich geil. Ich zeige euch erstmal die Rauchentwicklung, wie es gerade ist. Dritte Kohle habe ich dann irgendwann runtergenommen. Wir haben gerade Alu-HMD, zwei Kohlen, ganz normal, wie ich eben immer rauche. Genauso auch mit der Thickball jetzt. Ich habe das Gefühl, die 19,2 Gramm oder die 0,7 Gramm, die mehr drin sind als in dem Popo, sind trotzdem weniger Kontakt. Also ich muss sagen, die Performance im Vergleich mit dem Popo würde ich sogar noch mal slightly höher einstufen. Also er performt wirklich sehr gut. Der Popo performt auch sehr gut und die Thickball maybe so zwei, drei, vier Prozent besser. Wenn ihr Sammler seid und ihr Bock auf einen neuen Kopf habt und ihr habt schon alles, was gut läuft und ihr wollt aber trotzdem was Neues, rein da. Ist ein geiler Pfanne. Also wenn ihr gerne Pfanne raucht, dicke Empfehlung, ist ein geiler Kopf. Ich persönlich für mich, wenn ich jetzt überlege, wie ich rauche, ich werde wahrscheinlich allein wegen Verbrauch trotzdem mal, ich rauche auch fast den Popo nicht mehr. Ich rauche eigentlich fast nur noch Low Load, Low Lip oder die Nice Bowl, weil die halt alle dasselbe Depot haben. Drei Köpfe von Ukrainen, dreimal mit Basically in demselben Depot und die sind halt schön sparsam. Da rauche ich zwischen 11 und 15 Gramm, je nach Tabak. Wenn wir den fairen Vergleich wollen, mit Must-Have würde ich so 14 bis 15 Gramm verbrauchen. Mit der Thickball bin ich jetzt bei 19 Gramm. Das ist also fast ein Unterschied von 25 Prozent mehr Tabakverbrauch, den ich in der Thickball habe. Und auch wenn es in der Thickball ein Ticken geiler läuft und maybe auch ein Ticken länger laufen wird, ist mir die Effizienz von einem Low Load, Low Lip und Nice Bowl da immer noch lieber. Aber einfach nur, ohne jetzt über Effizienz und Co. zu reden, die Performance ist wirklich geil. Die ist richtig gut. Rauchentwicklung ist wunderbar. Zero drücken, zero kratzen und mit mehr Tabak im Depot können wir hoffentlich auch noch ein bisschen länger rauchen. Da gucke ich jetzt aber noch weiter. So, wir haben den Kopf jetzt 70 Minuten geraucht. Ich habe mittlerweile die dritte Kohle obendrauf gekippt. Das ist aber, weil vorher ja im Chat, wie gesagt, ein paar Leute geschrieben haben, hinten raus wird es eng mit der Hitze. Ich finde nicht. Also bei mir läuft der wunderbar. Ich habe den das erste Mal gebaut. Also wenn überhaupt, wird das nur noch besser. Aber ich finde, Rauch und Geschmacksentwicklung ist immer noch wunderbar. Ich zeige es euch einfach. So, und wie gesagt, das alles nach 70 Minuten. Wunderbar. Geschmack ist am Start, Rauch ist am Start, es hat nichts gedrückt, es hat nichts gekratzt. Also long story short, Thick Bowl läuft 1A. Also einfach ein geiles Ding. Starke Sache. Nicer Kopf.